Die Mannschaftsführerin Petra Grober, herzlich willkommen! Als Städte spielst du mir die Garten an, gehören bei Manni Bär. Und jetzt den Annamalien bei Bauer. Der größte Spieler ist der Annamal, Sven Müller. Und der Tagspieler ist die Martina Rachtbauer. So, jetzt kommt jetzt an der Vorstellung von unserer Mannschaft. Mannschaftsführerin Anja Sankreta. Du Kanzlerin Magie Trenzöller. Er ist der Kurengang Megaschi. Unsere Wacken können Ihnen die Detektiver Rauscher und der Satzspielerin, die Leila Miekegner hat. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Yeah. Vielen Dank. Yeah. 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 Das war's für heute. Ich denke, das ist wirklich... ...und ich bin dran. 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 Das ist so ernst. Das ist so ernst. Das ist so ernst. Ja! Die Tür wurde vom Zeil los. Die Tür wurde vom Zeil. Danke, danke. Danke, danke? Danke, danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.